Ja, moin und ja, willkommen zusammen. Das sind Hurricane und Schaufel. Ihr werdet demnächst öfter was von uns hören, weil wir haben Lust und auch Zeit, nein, weniger Zeit, aber wir haben Lust, ein paar Let's Plays zu machen, in denen wir euch ein bisschen zeigen, wie wir spielen, was wir so machen und halt der ganz normale Minecraft-Wahnsinn. Wir haben jetzt hier mal neu angefangen, haben uns schon mal ein kleines Haus gebaut aus herumstehenden Bäumen, die nicht wegrennen konnten. Und ja, jetzt zeigen wir euch mal, was wir so machen. Ja, moin, ich bin Hurricane. Ja, wir haben hier so einen unterirdischen Ausgang. Ja, klein aber fein das Häuschen, wie ihr schon gesehen habt. Ja, also das ist unser erstes Let's Play. Also wir hatten uns gedacht, lass mal ein paar Let's Plays machen. Wir wissen zwar noch nicht genau, was in den Folgenden so kommen wird, was wir so machen, was wir euch so zeigen. Aber ja, ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen, dass ihr öfter was von uns zu hören bekommt. Wenn ihr Wünsche habt oder Vorstellungen oder Meinungen, was wir zum Beispiel mal machen könnten oder was ihr nicht so gut findet, könnt ihr uns das gerne schreiben. Und vor allem könnt ihr uns auch gerne unsere Videos abonnieren. Wir freuen uns immer wieder drüber. Ja, und das war auch schon das erste Let's Play, sag ich jetzt mal. Eigentlich ist es nur das Vorstellungsvideo. Und schauen wir mal, was uns in Zukunft noch so erwartet. Und dann geht's. Vielen Dank.